hallo du wunderbare seele ich möchte dir heute noch etwas über den juni 2023 erzählen und zwar die portal öffnung die emotionale welle oder emotionswelle gefühlswelle die eintreffen wird und ich möchte dir wieder von den drei gruppen die ich ja immer sehe wieder gegen ende dieser aufnahme ein bild geben und wo du dich da in diesem bild siehst ja als allererste kommen wir zu den energien das vergangene wochenende hat es am freitag begonnen und sah sonntag war dann ja für manche auch schon sehr spürbar da ist etwas im feld ja diese welle die hat sich da begonnen aufzubauen baut sich immer mehr auf bis zum neumond jetzt auch der stattfindet am sonntag den 18 da gibt es ja die nächste energieübertragung für die die dabei sind beim energieübertragungs paket vom juni und nimmt dann ganz stark an fahrt auf und erreicht einen großen höhepunkt dann am nächsten übernächsten wochenende so zwischen einundzwanzigsten und fünfundzwanzigsten juni 2023 da haben wir dann übernächste woche ein spannendes wochenende vor uns aber wie gesagt wir sind schon mitten drinnen und von den klienten arbeiten kann ich berichten dass ja die da fleißig immer dranbleiben und wirklich den weg vollkommen entschieden haben zu sich selbst zu gehen ein selbstbestimmtes freies unabhängiges leben zu führen in ihre volle schöpfer macht zu kommen sich selbst vollkommen wieder zu vertrauen ihrer inneren stimme und ihr leben auf der neuen zeitlinie oder in der neuen erde zu leben da tun sich ganz mächtig die dunkelsten sachen auf ja von leitbildern mit mutter maria und dem toten jesus in den armen mit dem kreuzigen jesus das ja vollkommen angebunden ist im energiesystem das ist nur ein beispiel von ganz vielen und vor allem mütter sind da sehr betroffen die ich begleiten durfte die letzten tage es hat sich auch gezeigt eben dass das am vorigen wochenende ausgelöst worden ist wer so etwas hat bitte löst das auf denn die emotionale welle also die die gefühle richtig antrickern wird das ist für mütter oft mit kindern natürlich auch väter oder die in partnerschaften die liebespartnerschaften ja oft eine sehr sehr emotionale geschichte wenn hier diese leidensbilder und das alles was wir kirchlich religiös manipuliert worden sind von ordens aufenthalten in vorleben schweige gelübden und ordens gelübden also alles was die sexualität betrifft wo wir natürlich zugestimmt haben und ein jahr gegeben haben das spiegelt ja uns das ganze außen wo jetzt noch immer viele menschen dem außen ein jahr geben die letzten zwei drei jahre ein jahr gegeben haben zur fremdmanipulation zu fremdimplantaten fremden energien fremden ja kann man sagen partikeln nanopartikeln alles es betrifft ihr körper geist und seele das ganze weltgeschehen und die masse hat ja zugestimmt und so haben wir auch in vorleben zu dunklen geschichten dunklen mächten ja zu allem möglichen was niedrig schwingt zugestimmt und die die hier gut am weg sind die bekommen das jetzt an die oberfläche gespült sage ich mal es befindet sich sehr gut an der oberfläche und da kann man es wunderbar auflösen das war vor jahren noch nicht möglich man kann auch nicht alles sofort auflösen das würde der körper nicht schaffen und die psyche auch nicht also schritt für schritt all diese dunkelprogramme niedrig schwingenden programme diese anbindungen an alte bilder gemälde dieses leiden des sohnes und die schwache mutter die zugeschaut hat beim sterben ihres sohnes wie gesagt das ist nur ein beispiel von ganz vielen die wir in den letzten tagen bekommen haben zu bearbeiten man sollte nicht glauben was in uns alles schlummert und jetzt angetriggert wird es ist das licht das das in uns antriggert die große taschenlampe scheint und beleuchtet alles dunkle in dir es geht um dich es geht nicht um die ganze welt es geht nicht um deinen nachbarn oder sonst irgendetwas nur auf der welt oder um deine wohnung und gegenstände oder wie auch immer es geht um dich es geht reinst um dich hier auf der erde und es ist uns möglich den himmel auf erden zu leben das heißt der oder die du in wahrheit bist hier zu leben das ist erwachen das ist erleuchtung das ist erlösung das ist heilung alles ist in dir und möchte wieder erweckt werden dein bewusstsein erweitert deine erinnerung ja ans tageslicht zu bringen so dass du dann deinen reinen impulsen ja rein unverfälscht nicht mehr angebunden an altes folgen kannst deine eigene wahrheit leben kannst deinen weg gehen kannst solange da noch anbindungen ankoppelungen zustimmungen auch zu den dunkelmächten hin vorhanden sind sind auch deine impulse ja nicht ganz rein und du bist nicht ganz klar in deinem kopf nicht ganz klar in dir das zeigt auch wie kannst du entscheiden bist du klar in deinen entscheidungen und bist du klar und rein in dem was in dir hochkommt und dir den weg weist so dass du auch deinem ganz persönlich individuellen seelenplan folgen kannst das ist wichtig den hat keiner gleich du bist vollkommen einzigartig du hast eine einzigartige urschwingung eine einzigartige urfrequenz einen urzellkern du stammst so wie ich aus einem urfeld aus einem hoch schwingenden energiefeld hast du hast dich genauso wie ich hier inkarniert um in diesen prozess hier jetzt im körper zu sein und wirst am plan haben sonst würdest du dir das nicht anhören dass du aussteigst aus der angstmatrix in die liebesmatrix wir könnten es auch nennen dich als gott selbst oder in der göttlichen schwingung in der christusenergie mit einem hohen bewusstsein auch genannt christusbewusstsein hier auf der erde zu leben und da haben wir einige blockaden einige zugeständnisse auch oder vereinbarungen mit dunkler energie oder niedrig schwingender energie und das kommt jetzt immer mehr ans tageslicht das äußere ist ein spiegel all das was sich da noch aufregt oder triggert das ist auch in dir zu finden und ich sage immer so schön auf österreichisch wir haben alle dreck am stecken ja also keiner ist hier nur licht und liebe sonst wären wir nicht hier und keiner hat immer nur im guten gehandelt und schon gar nicht in allen inkarnationen denn wir holen uns ja immer die wirkung die wirkt oder die ursache die wir gesetzt haben holen wir uns die wirkung dafür ja ab von inkarnation zu inkarnation immer weiter und weiter und du und ich werden so lange hierher kommen bis wir all das aufgelöst haben bis wir uns befreit haben bis wir ganz wir selbst sind bis wir bei uns angekommen sind und selbst erleuchtet erlöst geheilt haben und das ohne äußere dinge ohne materielle dinge ohne äußere techniken reinst aus dem geiste und reinst aus der urquelle heraus also so dass du so frei bist dass du gar nichts im außen braucht sondern dich geistig ja spirituell also rein geistig sage ich immer vollkommen selbst auch helfen und heilen kannst und dafür sind menschen hier auf der erde die ja diesen weg schon vorausgegangen sind und die dich dabei unterstützen führen können und dass du da auch nicht in eine lichtfalle steigst sage ich jetzt einmal weil auch in dieser szene gibt es auch niedrig schwingende und da kann ich dir sagen die 3d probleme also niedrig schwingend diese probleme die wir haben oder themen kannst du ab sofort nicht mehr mit 3d lösungen lösen das heißt wenn du im alten gewässer weiter fischst werden sich deine probleme themen blockaden nicht auflösen du kannst sie nur mehr auflösen mit energie aus 5d oder höher der göttliche plan wird sich garantiert umsetzen es ist nur die eine frage der zeit und es ist eine frage wer ist dabei und wer nicht das ist das einzige aber das licht setzt sich durch die liebe setzt sich durch der göttliche plan ist fix ist man dabei oder nicht oder die zweite frage ist wann wann wird es rein licht hier sein und da sind alle wir du und ich und alle mit verantwortlich und der mensch neigt ja sehr zur verdrängung sehr widerstand gegen veränderung kann nicht loslassen oder dinge oder menschen sein lassen ist mehr im beurteilen und mit dem fokus auf dem schlechten dem dunklen den niedrig schwingenden dadurch haben wir immer bis jetzt halt verzögerungen also wir selbst sind dafür verantwortlich wie lange wir noch ja in eher dunklen gewässern schwimmen sag ich jetzt einmal nur was ist auch die lösung die lösung ist du kannst dieses feld bereits verlassen das ist jedem möglich wir haben den freien willen der ist unantastbar und du ganz für dich persönlich kannst schon bereits deine probleme themen blockaden mit einer hohen energie lösen nicht 3d problem mit 3d lösung so wie es bisher immer war sondern mit einer höheren energie mit einem höheren bewussten oder in begleitung mit einem menschen der schon neuzeitlich wirkt arbeitet und mit einer hohen energie hier wirkt anders ist es nicht mehr möglich es gibt immer so zeitpunkte es gibt immer so zeitpunkte wann etwas an die oberfläche kommt es gibt zeitpunkte wo etwas ja richtig gestoppt wird und jetzt haben wir nun mal hohe energie in die jetzt herein strömen wir bekommen in den nächsten tagen ein zwei wochen also es gelauft sich alles so bis zum nächsten vollmond der ich schaue jetzt mal kurz nach am montag den dritten juli stattfindet also alles was da jetzt zwischen neumond und vollmond ist es eine heiße phase ja eine riesen welle und ein wunderbares portal und wunderbar hoch schwingende licht kurz strömen ein und das gilt es zu nutzen sich dafür zu öffnen und das aufzunehmen ja wahrnehmen öffnen aufnehmen das ist auch unser freier wille wer sich nicht öffnet dem wird nichts einfach hineingeschossen sage ich ja sondern die die bereit sind sich dem zu öffnen und mit dieser welle auf ihrem eigenen surfboard zu reiten nicht auf fremden oder wohin überschauen oder so sondern fokus auf dich auf dein leben auf deinen körper geist und seele und hier ohne ein stopp schritt für schritt weiter zu gehen kommt auf deinen weg ein 3d problem dann lösen mit höchster energie wirklich hinschauen die ursache erkennen und dann in die auflösung gehen damit keine wirkung mehr erfolgen kann und das ist ganz wichtig solche 3d probleme das ist nicht nur ein punkt ein problem setzt sich aus vielen faktoren zusammen und geht ganz weit zurück bis zu deinem ursprung über alle inkarnationen und das hat man gründlich aufzuräumen gründlich zu arbeiten zu schauen was hängt denn da alles dran und was hängt alles noch an dir mit was bist du verknüpft verstrickt wo bist du angekoppelt wo wirst du durch negative realitätsströme noch genähert oder wo wird dir energie abgesaugt wo wirst du in deinen gedanken noch manipuliert und bist nicht du selbst oder noch nicht ganz du selbst wo stehst du noch neben dir oder wo steht jemand noch in deinem energiefeld wo hängen noch enitäten oder fremdenergien und nanopartikel und sonstiges von irgendwelchen impfungen und so weiter in dir herum und manipulieren dich alles hat hier seinen sinn es kommt nur darauf an machst du bei allem mit bist du sklave oder meister bist du opfer bist du schwach und gebeugt und gebückt kniest du vielleicht auch noch in deinem energiefeld oder stehst du aufrecht mit beiden beinen in deinem leben in deinem energiefeld in deiner urenergie urfrequenz in deinem urseelenton und bist du angebunden an das höchste die höchste reinste energie die absolut unverfälscht ist sie ist klar rein hoch schwingen voller liebe voller frieden wo bist du wo stehst du wer bist du was hast du hier zu tun was ist deine seelenaufgabe übe diese aus und geh den weg zu dir lebe dein neues leben hier auf der erde also zur wiederholung wir bekommen eine mega welle durch schreiten ein portal zwischen neumond und vollmond energieübertragung gibt es ja am 18. zum neumond ein webinar am montag den 19. um 19 uhr für alle mitglieder in meinem mitgliederkanal und das seht ihr schon ich habe das webinar mitten in diese welle gesetzt das ist großartig besser geht es gar nicht und wir werden diesen webinar schauen was dürfen wir alles erhalten was bekommen wir und werden in uns das aufnehmen und bei diesem webinar kannst du ja auch wenn du möchtest deine wünsche äußern und ich werde es in die energiearbeit auch mit hinein nehmen dann haben wir die nächsten energieübertragungen das ist auch noch in der welle drei tage 28 29 30 noch im juni und es geht sofort weiter mit dem ersten juli noch sieben tage wir haben ende juni dann bis über den anfang juli wo der vollmond ja mittendrin ist zehn tage portaltage also das ist wirklich mächtig und möchte von dir voll genutzt werden da ist uns ganz viel möglich und die klientinnen und klienten die bei mir in den letzten tagen termine genommen haben wissen von was ich spreche absolute befreiung ist uns möglich in dieser welle in diese paar tagen arbeite auf es ist wirklich wunderbar was wir alles lösen durften die tiefsten tiefsten dunkelsten und grausamsten geschichten konnten wir erlösen uns selbst erlösen und versuche nicht mehr ein 3d problem 3d krankheit ich bezeichne das als disharmonie und so weiter mit 3d lösungen auch im spirituell energetischen gibt es bereits ganz neue ja wie sage ich energiearbeit als es wir noch vor jahren gemacht haben auch da fällt einiges weg und darf einiges vollkommen neu sein ja bist du dabei dann freue ich mich wenn du am montag den 19. um 19 Uhr bei unserem gemeinsamen webinar zu dieser großartigen welle und lichtcodes dabei bist und jetzt gebe ich dir noch die energie für diese zeit was ich ja immer in bilderform erhalte sodass der verstand es versteht und zwar bekam ich dieses bild von einem großen berg ein großer berg der nur die bergspitze ist über den wolken und auf der bergspitze stehen ein paar leute die sind dem himmel ganz nah klarer himmel kompletter klarer himmel und unter den wolken nein ich muss so sagen innerhalb der wolkendecke ist so ein felsvorsprung ein bergvorsprung das ist wie so ein plateau da stehen ein paar drauf und dann unterhalb der wolkendecke ganz unten im tal oder sagen wir am boden sind die meisten menschen und die sitzen da herum schauen am boden sind eher gebeugt im rücken auch und sitzen so zusammen weiter weg stehen welche sind eher sehr aufgeregt sehr aggressiv dass die da so herumsitzen und nichts tun die die ganz oben auf der spitze stehen wie gesagt das sind ein paar die schauen mal in den himmel mal nach vorne mal nach unten sehen können sie nur die die auf dem plateau auf dem felsvorsprung sehen da sehen sie die köpfe also dass da welche im nebel stehen aber ins tal zu den anderen sehen sie nicht mehr dieser berg zeigt einfach die schwingungsebenen auf eine hohe schwingung eine in der mitte bei dem plateau und eine niedrige schwingung ganz unten am boden die meisten sind in der niedrigen schwingung in der 3d in der mitte haben wir sagen wir jetzt mal 4d 4d ist ja auch noch dunkel also da sind wir sollten ja 4d sag ich jetzt einmal doch wandern wird zwar aber da sollten wir nicht bleiben sondern in 5d gehen und die auf dem plateau die haben schon einen weg hinter sich so wie ich sehe die hälfte des berges und haben noch einen halben aufstieg bis sie auf der spitze sind und da gibt es welche die ruhen sich aus für den nächsten aufstieg die machen diesen aufstieg auch sie sind sich da vollkommen klar brauchen aber eine pause manche sind auch dass sie weiter gehen wollen und können nicht und schauen sich das an was was hindert mich daran weiter zu gehen was ist es dass ich nicht weiter komme und dann sind welche auf diesem plateau oder fels vorsprung die umkehren wollen sie haben zwar schon die hälfte geschafft sind aber müde sie sind ausgelaugt sie sind fertig alles tut ihnen weh auch die anderen die sich hier weiter gehen haben diesbezüglich schmerzen rücken knie kopf alle möglichen symptome melden sich immer wieder weil der aufstieg anstrengend ist der körper akklimatisiert werden es geht ja höher und immer höher oben ist die luft dünner das wirkt sich alles aus darum auch ruhe dazwischen ausrasten blockaden lösen das mussten auch die die schon ganz oben stehen die die ganz oben stehen geben denen die auf dem plateau sind tipps hilfe feuern sie an sagen komm wir haben es geschafft ihr könnt das auch und die wissen wo wollen sie sprechen und wie der aufstieg für sie war es war nicht immer leicht die haben sich schon akklimatisiert oder akklimatisiert und sind diese höhe diese hohe energie schon gewohnt und sie wissen wie es denen geht die ganz unten sind am boden oder im tal und die die bei der hälfte sind aber zu denen die ganz unten sind die sehen sie gar nicht mehr und die erreichen sie auch nicht mehr die hören sie nicht mehr sie nehmen sie nicht mehr wahr die ganz unten sind wenn die die hälfte gehen und auf dem plateau ankommen dann erreicht sie auch die höhere energie oder wir könnten auch sagen die botschaften oder die tipps und die hilfestellungen von denen die schon oben sind aber ganz hinunter kommen diese botschaften oder die energien nicht es ist zu tief unten und es ist zu dunkel ganz unten auch die ganz unten sind haben mit dem freien willen beschlossen sich nicht zu öffnen oder noch nicht zu öffnen diesen höheren energien oder diesen tipps oder hilfestellungen von denen von plateau denn die am plateau stehen die sind in einer mittelposition sagen wir so die kommen noch ran an die unteren so kann es sein wenn du jemand bist der ganz oben auf der spitze steht manche menschen gar nicht mehr in deinem umfeld wahrnehmen kannst oder sich einige verabschiedet haben und du dich aber trotzdem gut fühlst du spürst diese ganz niedrig schwingenden energien nicht mehr sie sind ganz weit weg und weit unter der wolkendecke die in der mitte die sind hin und her gerissen die sind manchmal desorientiert sind manchmal verwirrt manchmal klar und manchmal unklar manchmal frei von schmerz und manchmal doch paar stunden oder paar tage mit schmerz manchmal bekommen sie mehr luft manchmal weniger manchmal sehen sie klar und dann wieder verschwommen manchmal brauchen sie bausen und sind sehr müde und dann kommt wieder ein energieschub und sie sind total fit und können die nächste schritte bergauf gehen die ganz unten spüren das alles noch nicht sie fühlen sich auch unwohl aber sie sind in der kompletten niedrigen schwingung das heißt in einer schwingung die sie schon ganz viele jahre leben dadurch haben sie nicht so einen wellengang und die lichtcodes und die portale und die hohen neuen energien die einströmen die dringen nicht zu ihnen durch unten die energie wird aber immer dichter und dichter und sie bekommen immer mehr druck druck auch auf den emotionalen mental körper sie werden wütender aggressiver sie verspannen ihren körper immer mehr und buckeln immer mehr sie sind sehr angebunden an alles mögliche und ja sehr stark manipuliert doch jeder hat sich die position die ich hier erkläre auch selbst ausgesucht und jeder jeder hat die möglichkeit bis an die spitze zu gelangen es ist ein weg und er ist steil er ist seit einigen monaten steil bergauf und es wird immer steiler und steiler und immer anstrengender weil das licht immer stärker wird irgendwann wird das licht die wolkendecke durchdringen und bis hinunter in das tal scheinen niemand kann dann mehr eine wolke vorschieben doch das muss schritt für schritt geschehen denn die ganz unten würden so stark geblendet werden dass sie das nicht überleben würden in einer niedrigen schwingung kann nur tröpfchenweise hohe schwingung einfließen auch haben sie den freien will und man kann nicht einfach alles sofort beleuchten aber jeder hat die möglichkeit diesen platz ganz unten zu verlassen jeder darf den aufstieg gehen manche werden unten ganz unten bleiben weil sie sind es gewohnt hier meinen sie ist das leben und so fühlt es sich für sie am besten an das ist weil manche die da unten stehen ihnen das auch einreden und ständig ihnen verführungen zuteil werden lassen wenn du dann bekommst du diese verführungen werden immer mehr zunehmen du wirst für das dass du etwas von dir opferst ob gesundheit oder deine freiheit was auch immer es ist ja verführungen bekommen anerkennung log betrug materielles geld bis du deine seele verkaufst könnten wir sagen und wirst immer mehr in den abgrund gezogen oder sagen wir die die ganz unten bleiben und doch ist es ihre freie wahl wo bist du zu hause ganz unten am plateau oder ganz oben die am plateau die eher zurückkehren möchten und noch in der wolkendecke sind können zurück und können nach oben es ist auch das ihre freie wahl niemand darf sie aufhalten beurteilen oder verurteilen sie werden frei entscheiden in den nächsten zwei jahren all dieses berg und tal spiel hier all dieses auf und ab schubweise wird sich innerhalb der nächsten zwei jahre abspielen und klären wo bist du dabei es ist deine entscheidung und für manche ist es vom plateau noch der weg nach oben und auch der ist nicht immer nur angenehm der weg wäre angenehm aber auch bei jedem schritt den wir gehen wird dunkles an die oberfläche bei dir selbst kommen verdrängte gefühle manipulationen negative glaubenssätze negative realitätsströme blockaden energiestaus im körper karmische knoten öffnen sich in der wirbelsäule die kundaline energie wird immer mehr und mehr sich öffnen wollen das fühlst du dann im hüft und becken bereich die ganzen sexuellen themen die extremst manipuliert worden sind alles in dem becken und bauch bereich kundaline energie die ganze wirbelsäule ja im nacken schultern kopf überall kann es schmerzen weil auch der körper sich all den angestauten energien und den verklebungen und anklebungen entledigen möchte mutter erde hat dem aufstieg circa zu 18 zug gesagt und sich in die höchste energie hineinbegeben so ist es gut wenn du auch hier mit gehst denn sie geht nicht mehr zurück das ist fix und das licht sagen wir der göttliche plan da ganz oben auf der spitze das leben zu führen das ist fix das wird niemand mehr umstoßen doch es ist die freie wahl wo du in diesem bild bleiben möchtest verweilen möchtest und dein leben führen möchtest wo bist du und möchtest du bei der nächsten emotionalen Welle oder Lichtwelle Lichtcodes wie immer wir das nennen mögen oder das Portal das sich öffnet wo wir wunderbare Heilungsarbeit machen können so circa in den nächsten zwei Wochen dabei sein es ist deine Entscheidung und so freue ich mich alle am Montag den 19. um 19 Uhr bei dem Webinar das für alle Mitglieder in meinem Mitgliederkanal kosmische Botschaften stattfindet du findest den Link zu diesem Kanal auf www.sissigöttling.com und gerne begleite ich dich auch auf deinem Weg ja und als nächstes kommt dann heraus der Start meines Kurses Online Kurses aber dazu bei der nächsten Aufnahme mehr ich wünsche dir einen wunderbaren Ritt auf der Welle und einen wunderbaren Juni noch und rein in die zehn Portaltage und zum Neumund Vollmund in den Juli hinein es wird ein spannender Sommer und spannende nächsten zwei Jahre alles Liebe deine Sissi Göttling